Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem wunderbaren Video über Özge Gökbörg Demirci. Bevor Sie zu unserem Video übergehen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und zu teilen. Kommen wir zu unserem Video. Özge Yagis und Gökbörg Demirci gelten als zwei der beliebtesten Schauspieler in der türkischen Fernsehwelt. Der große Durchbruch gelang dem Duo mit der Hauptrolle in der TV-Serie Jemien und wurden von ihren Fans wegen ihrer Chemie auf dem Bildschirm in dem Projekt geliebt. Da ich jedoch keine Informationen über eine Trennung oder Konfrontation habe, kann ich hierzu keine definitiven Aussagen machen. Es ist schwierig, die Richtigkeit solcher Nachrichten zu bestimmen, wenn keine klaren Informationen darüber gegeben werden, ob ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat oder nicht. Spekulationen und Neuigkeiten über das Privatleben von Schauspielern rücken immer wieder in den Vordergrund. Ohne eine offizielle Erklärung oder Bestätigung war es jedoch nicht möglich zu sagen, dass diese Nachrichten eindeutig der Wahrheit entsprachen. Özge Yagis und Gökbörg Demirci sind talentierte Schauspieler mit erfolgreichen Karrieren sowohl beruflich als auch privat. Wenn es zu einer solchen Konfrontation oder Trennung gekommen ist, haben beide Spieler das Recht, Aussagen zu ihrem Privatleben zu machen. Fans warten gespannt darauf, solche Neuigkeiten genauer zu erfahren. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass solche Angelegenheiten sensibel sind und die Privatsphäre der Spieler respektiert werden muss. Liebe Zuschauer, folgen Sie uns für Neuigkeiten über Özge und Gökbörg Demirci. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.